Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbamer von der Firma Eschbamer Forst & Gartentechnik und ich möchte euch heute wieder herzlich einladen zum Produkttest und zwar könnt ihr da testen den Tornado Mähfaden für Motorsensen und Freischneider. Den haben wir in drei Größen und zwar in 2 mm, 2,4 mm und 2,7 mm. Das sind eigentlich die gängigsten Größen, wo die meisten Motorsensen haben. Könnt ihr euch bewerben, um den Faden zu testen. Durch die Drehung ist er leise und er ist sehr leistungsfähig. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Das ist eine Profi-Qualität. Also für einen Profi oder anspruchsvollen Privatnutzer. Könnt ihr euch einfach bewerben für den Test. Schreibt ein bisschen dazu, was ihr für Geräte habt. Was für einen Freischneider. Da gibt es verschiedene große. Das ist jetzt zum Beispiel Kombisystemanbau. Das ist jetzt die richtige Größe mit 2,4 mm vom Faden her. Es gibt natürlich auch andere Fadenköpfe oder Größen, wo man 2,7 oder 2 mm einsetzen muss. Da müsst ihr dann schauen, was für einen Originalfaden neuer Freischneider Motorsense habt und die Größe ist dann auch passend für euch. Man darf niemals einen dickeren Faden reintun, weil sonst überlastet man das Gerät, kann zu Schäden führen. Bewerbt es euch einfach, dann kriegt ihr den Faden gratis. Könnt ihr natürlich ganz normal kaufen. Kein Thema. Würde mich freuen, wenn ihr fleißig mitmacht und schöne Tests macht. Danke schön für die Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch einen schönen, sonnigen Tag. Tag.